Hallo Tensingland. Mein Name ist Burka von Schem, ich bin Referent für PAX, CVL im Aktiv für Ausbildung. Und ich bin Tore oder auch Toddi und mache mein FSJ in Kassel für die Tensingarbeit in ganz Deutschland. Und wir stellen euch die Einkaufspacker vor, die Tensingaktion, die es auch dieses Jahr im Herbst 2012 wieder geben wird. Bei den Einkaufspackern handelt es sich um die Idee, dass ihr euch als Tensinggruppe einen Tag lang auf dem Supermarktparkplatz eines Supermarkts eurer Wahl aufhaltet und den Leuten anbietet, ihren Einkauf zum Auto zurückzubringen. Und dafür behaltet ihr den Euro im Einkaufswagen. Mit diesem Euro unterstützt ihr PAX, die Ausbildungsinitiative, mit 50 Cent und die anderen 50 Cent gehen an eure Tensinggruppe. Damit könnt ihr euer nächstes Provo finanzieren oder einen Ausflug oder ein neues Band-Equipment. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. T-Shirts oder T-Shirts. Ihr könnt auch völlig andere Sachen machen. Ihr habt bessere Ideen als wir jetzt gerade. Und weil ihr so viele gute Ideen habt und weil ihr euch zu Hause gut auskennt, übernehmt ihr lediglich einen Job, also zwei Jobs bei den Einkaufspackern. Ihr sucht den Supermarkt und ihr geht zum Supermarkt. Den Rest, also Materialien, sowas wie Flyer oder Buttons, das kriegt ihr von uns. Ihr könnt uns auch jederzeit kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Vielleicht können wir euch auch irgendwie helfen, sagen, welche Supermarktkette besonders gut geeignet ist. Und damit ihr alle dabei sein könnt, haben wir uns für dieses Jahr etwas anderes überlegt. Wir wollen die Einkaufspacker nicht nur an einem Tag starten, sondern an sieben Tagen. Vom Samstag bis zum Samstag. Vom 15. bis zum 22. September. Das hat den Grund, dass ihr so noch leichter dabei sein könnt. Vielleicht war sonst immer an dem Termin, den wir euch vorgeschlagen haben, irgendwie euer Provo oder immer das Sommerfest. Von daher könnt ihr jetzt einfach sagen, gut, dann machen wir es am nächsten Samstag. Oder wir haben nicht ganz so viel Zeit, wir machen es einfach an dem Tag, wo eigentlich unsere Probe wäre. Aber nicht nur das, ihr könnt mit den Einkaufspackern auch jede Menge Spaß haben. Hier sind Tenzing Sittensen, die 2011 jede Menge Geld verdient haben, aber auch vor allem jede Menge Spaß hatten. Oder auf www.tenzingland.de werdet ihr weiter Informationen erhalten. Viel Spaß bei den Einkaufspackern 2012.